Herzlich willkommen bei Land und Stil. Hotel, Zimmer, Apartments, Ferienwohnungen in Dorfhagen in der Nähe der Nordseeküste. Bei Hagen im Bremischen, zwischen Bremen und Bremerhaven gelegen, bieten wir unseren Gästen ein paradiesisches Domizil der besonderen Art, inklusive kulinarischer Highlights. Liebevoll eingerichtete Ferienwohnungen und Apartments unterschiedlicher Größe und Gestaltung warten auf Sie. Unser wunderschönes Rosenapartment ist ausgestattet mit einem Doppelbett und einem Einzelbett, einem gemütlichen Wohnbereich mit bequemem Sofa und einer Pantryküche als Kochgelegenheit. Bevorzugen Sie doch eher unser klassisches Nordsee-Apartment im maritimen Stil gehalten? Oder unser Terracotta-Apartment? Dieses bietet auf zwei Etagen eine Wohnfläche von mehr als 50 Quadratmetern. Zwei Schlafzimmer, ein Duschbad mit bodenebener Dusche, eine Pantryküche und der gemütliche Wohnraum laden zum Verweilen ein. Stöbern, staunen, stilvoll shoppen. In unserem Lädchen, unserer kleinen Einkaufsattraktion, können Sie außergewöhnliche Schmuckstücke erwerben. Von trockengesteckten über Bilder bis hin zu hausgemachten Marmeladen und Likören. Erholung in stilvoller Umgebung auf dem Land, in Wohnungen, die keine Wünsche offen lassen. Ein Aufenthalt bei uns lohnt sich immer. Land und Stil. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns im Hohen Norden und auf unserer Internetseite www.landundstil.de www.landundstil.de